Den meisten Menschen fällt es nach einer Trennung schwer, erst einmal wieder auf die Beine zu kommen. Die Amerikanerin Joy DeSomber war keine von diesen Menschen. Sie blühte nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann. Die Tinte auf den Dokumenten war noch nicht einmal trocken und Joy war schon dabei, alles in ihrem Leben zu verändern. Als Ehefrau fühlte sie sich unwohl, fremdbestimmt, das wollte sie nie wieder. Das Ende dieser ersten Ehe war für Joy ein wohltuender Neuanfang, eine Chance, alles in Zukunft anders zu machen. Und sie hatte eine Menge vor. Sie hat keine Ahnung, dass das Schwerste noch vor ihr liegt. Im Jahr 2002 ist Joy 28 Jahre alt. Lebt in San Diego, ist frisch geschieden, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, geht arbeiten und macht nebenbei noch die Schule, um ihren College-Abschluss nachzuholen. Eine sehr beeindruckende Leistung, keine Frage. Natürlich hatte sie dabei auch ein bisschen Hilfe von ihren Eltern, denen sie sehr nahe steht. Aber dennoch, das muss man alles erstmal schaffen. Joy liebte dieses Leben nach Plan, ganz allein für ihre Kinder da zu sein und sich nebenbei eine bessere Zukunft aufzubauen. Nur ihren besten Freunden gefiel das nicht so. Sie machten sich Gedanken, Joy könnte das alles vielleicht doch irgendwann zu viel werden. Sie ist noch jung, am Ende verbringt sie die ganze Zeit damit, für ihre Kinder da zu sein, sich eine Karriere aufzubauen. Sie soll am Ende nichts bereuen und zwischendurch auch ein bisschen Spaß haben. Momente erleben, die nur ihr gehören. Vor allem waren sie der Meinung, Joy sollte nicht alleine sein. Ab und zu eine Verabredung mit einem Mann, auch wenn nichts draus wird, das könnte ihr doch gut tun. Joy war zu dem Zeitpunkt null an Dates interessiert. Mal abgesehen davon, dass sie für sowas auch keine Zeit hatte. Sich abends auch noch aufzubrezeln, einen Babysitter zu engagieren, der ja nicht billig ist und irgendwo nach Mr. Right suchen? Nein, danke, das nicht auch noch. Joy lässt sich schließlich zu einem Profil auf einer Dating-Webseite überreden. Zuerst tat sie das, damit ihre Freunde Ruhe geben. Doch mit der Zeit merkt sie, dass es doch auch viel Spaß machen kann, abends, wenn die Kinder im Bett sind, sich ein wenig mit Männern zu unterhalten. Im Januar begegnet Joy online einem Mann namens Joseph Kua. Joseph war nicht der Erste, mit dem Joy ab und an schrieb, doch er trat deutlich aus der Menge heraus. Was Joy so beeindruckte, Joseph war in allem anders. Er schenkte ihr viel Aufmerksamkeit. So etwas kannte sie gar nicht. Er war nicht nur charmant und romantisch, sondern auch intelligent, spontan und liebevoll. Der absolut einzige Haken war, Joseph lebte acht Stunden entfernt in Nordkalifornien. Joy wollte nicht umziehen, wegen ihren Eltern, wegen ihren Kindern und Joseph konnte aufgrund seines Jobs nicht wegziehen. Doch irgendwie schaffen die beiden es dennoch. Aus anfänglichen Flirtereien wird schließlich eine Beziehung mit regelmäßigen Besuchen. Joseph fährt, wann immer er kann, zu Joy nach San Diego. Die beiden haben wundervolle Dates. In Natura war Joseph noch charmanter und liebevoller. Er wollte Joy wirklich kennenlernen und das gefiel ihr sehr. Auch übernahm Joseph ganz natürlich die Rolle des Vaters für Joys Kinder. Er war nicht nur da, er brachte sich auch aktiv in ihr Leben ein. Er spielte mit ihnen, brachte ihnen alles bei, was er konnte. Und da ist Joy sich auch sicher. Joseph könnte mehr als ein fester Freund sein. Sie realisiert auch, was ihre Freunde die ganze Zeit gemeint haben. Eine Familie mit einem Partner, das ist ja viel einfacher, wenn man die Aufgaben untereinander aufteilen kann. Im Sommer redet das Paar konkret über Heiratspläne. Das einzige, was Joy noch davon abhält, sofort Ja zu sagen, war Josephs Job. Er besaß offensichtlich eine Menge Geld, egal was sie unternahmen, egal was anstand, Geburtstage, spontane Ausflüge. Joseph zahlte immer so gut wie alles. Teilweise Umsummen für Joy und die Kinder. Doch was er beruflich tat, das wusste keiner. Wenn Joseph darauf angesprochen wurde, mit was er sein Geld verdient, meinte er nur, er ist in der Werbebranche tätig. Wenn man mehr wissen wollte, blockte er ab. Mit den Worten, sein Job sei stressig, darum bevorzugt er es in seiner Freizeit, gar nicht darüber zu reden. Joy gefiel das gar nicht. Wo ist das Problem, kurz zu schildern, mit was genau du dein Geld verdienst? Eigentlich wollte sie Joseph deswegen erst einmal nicht heiraten. Sie wollte abwarten. Doch ihre besten Freunde zerstreuen dieses Vorhaben. Alle sagen, das ist doch ein netter Kerl, guck mal, was der alles für dich macht. Lass ihn doch, wenn er nicht drüber reden will. Und so dachte Joy schließlich auch. Na okay, man muss ja nicht alles über den Partner wissen. Und so sagte sie schließlich zu einer Ehe mit Joseph Ja. Eigentlich wollte das Paar dann auf Hawaii heiraten. Joseph kam von dort, er hatte eine enge Bindung zu diesem schönen Fleckchen Erde. Doch dieser Plan musste kurzfristig geändert werden, denn Joy bemerkt im Juni, dass sie schwanger ist. Weil Fliegen unter diesen Umständen ja immer ein bisschen kompliziert ist, man weiß ja auch nie, wie es einem da in der Schwangerschaft so geht, legt das Paar die Hochzeitspläne erst einmal auf die Seite. Heiraten kann man ja immer noch, wenn das Baby da ist. Joseph ist in dieser Zeit nicht weniger aufmerksam. Im Gegenteil. Er steigert sich sogar. Er kauft der schwangeren Joy ein großes Haus mit vier Schlafzimmern. Joseph konnte aufgrund seines Jobs eben immer nur sporadisch bei ihr und den Kindern sein. Er wollte aber, dass alle gut versorgt sind. Neun Monate später erfreut sich das Paar an der Geburt einer kleinen Tochter. Während Joseph immer hin und her pendelt, wie es eben geht, erzieht Joy die drei Kinder, geht nebenbei arbeiten, sie schafft ihren Abschluss in der Zwischenzeit und alles läuft gut. Aus der Hochzeit unter Palmen wird dann nichts. Joseph überrascht Joy eines Tages mit der Idee, hey, ich will nicht länger warten, komm, lass uns doch in Las Vegas heiraten. Und sie willigt ein. Es war eine kleine, aber feine Hochzeit im Dezember 2003. Joseph ließ alle Menschen einfliegen, die Joy wichtig war. Von Freunden bis zur Familie. Von Josephs Familie kam niemand. Lediglich seine beiden Businesspartner, Fernand und Suzanne Wagner, waren anwesend. Wie Joseph erzählte, waren die beiden seit Jahrzehnten Businesspartner. Aber Joseph war wohl auch so eine Art Adoptivsohn für die beiden. Er half ihnen viel im Haushalt und was so Besorgungen angeht und so weiter. Weil sie eben schon ein gewisses Alter hatten. Der Alltag holt die Familie schnell wieder ein. Joy kann einfach nicht anders als misstrauisch sein, was Joseph und die Jobsache angeht. Er war ja nur sporadisch da. Er arbeitete nach wie vor acht Stunden entfernt und dort hat er dann auch gelebt in dieser Zeit. Nicht nur, dass Joy nicht wusste, was er machte. Joseph hatte in dieser Zeit dann auch immer gewisse Regeln, die sie komisch fand. Es war Joy nicht gestattet, zu bestimmten Zeiten bei ihm anzurufen, nach der Arbeit. Weswegen sie allmählich das Gefühl beschleicht, dass er vielleicht eine Affäre hat. Was manchmal auch sehr komisch war, Joseph musste manchmal von einer Sekunde auf die andere weg. Er war gerade nach Hause gekommen zu seiner Familie und musste auch gleich wieder gehen. Auch Urlaube und Tagesausflüge mussten teilweise plötzlich gekürzt werden, weil ein wichtiger Anruf, ein Business-Deal, der von ihm persönlich abgewickelt werden muss. Oder er muss jetzt doch ganz schnell zum Golf, um dort mit einem möglichen Kunden zu sprechen. Joy denkt, da ist eine andere Frau im Spiel. Niemand in ihrem Umkreis nimmt sie ernst. Alle sagen, so ein Käse. Das bildest du dir ein. Die Werbebranche ist wirklich nicht einfach. Dieser Mann tut so viel für dich. Er hat deine Kinder akzeptiert. Gibt ihnen eine Vaterfigur. Er kauft dir alles. Der hat keine andere Frau. Der hat doch gar keine Zeit. Im Jahr 2004 wird Joy's Vermutung aus dem Nichts bestätigt. Eines Tages klingelte das Telefon. Sie geht ran. Am anderen Ende ist eine Frau aus Nordkalifornien, die ihr erzählt, sie kenne Joseph und sie sieht es als ihre Pflicht an, ihr, seiner Ehefrau mitzuteilen, dass er dort in der Stadt, wo er arbeitet, noch eine andere Frau hat. Die arme Joy insgeheim wusste sie, dass die ganze Zeit, es war einfach alles zu schön, um wahr zu sein. Joseph hatte ein zweites Leben mit einer anderen. Das war aber nicht der Tiefpunkt dieser Unterhaltung. Laut der Frau am Telefon geht das Ganze seit mindestens zwei Jahren. Es fand dort statt, wo Joseph arbeitet. Darum durfte Joy auch zu bestimmten Zeiten nicht anrufen. Er lebte mit dieser Frau auch in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. In den USA ist es dasselbe wie eine Ehe. Diese Frau meinte dann am Telefon auch, dass sie bereits mit Joseph im Vorfeld gesprochen hatte. Die beiden kannten sich. Sie hat durch einen Zufall erfahren, dass Joseph zwei Familien hat. Sie hat ihn darauf angesprochen, hat gesagt, was soll das. Joseph hat ihr daraufhin gesagt, ja, es stimmt, er hat in San Diego noch eine Familie, aber seine Ehefrau Joy sei nicht die Frau, die ihr liebt. Diese Ehe sei ein Missverständnis und aus Pflichtbewusstsein entstanden. Er hatte mit ihr nur eine Nacht verbracht, sie wurde ungeplant schwanger. Dann hat er sie geheiratet und ihr dort, wo sie lebt, ein Haus gekauft. Aus, ja, wie gesagt, Pflichtbewusstsein. Er wollte Joy gut versorgt wissen, aber lieben würde er sie nicht. Ja, das war natürlich nicht so schön. Ihr Ehemann hatte noch eine andere Frau und er hat sie offenbar nie geliebt. Aber da ist noch mehr. Das Gespräch ging noch weiter. Joseph hat dieser Frau auch noch gesagt, Joy sei eine fürchterliche Person. Er ist sich im Nachhinein sicher. Sie hat es damals darauf angelegt, ihm das Kind unterzujubeln, weil er ja so ein gut betuchter Mann ist. Sie sei total faul, würde keinen Finger rühren, lieber Substanzen nehmen, als sich um die Kinder zu kümmern. Sie will auch gar nicht arbeiten gehen. Sie verlangt, dass er ihr komplett alles finanziert. Das habe er dann erst nach der Hochzeit bemerkt. Weswegen er auch kein Problem hat, eine zweite Frau zu haben. Joy fällt damit vollständig aus allen Wolken. Sie denkt sich, wie bitte? Diese Beziehung, diese Ehe, dieses Kind, das war alles vollständig und vollkommen einvernehmlich. Er hat jedes Mal darauf bestanden, ihr alles zu finanzieren. Er sagte immer, hier nimm, ich will, dass es dir gut geht. Er war derjenige, der ihr immer sagte, wie sehr er sie liebt und wie glücklich er ist. Er wollte unbedingt so schnell eine feste Beziehung und auch heiraten. Wegen ihr hätte er dieses Haus nicht kaufen müssen und all das. Und natürlich war diese gemeinsame Tochter eine gemeinsame Entscheidung. Das war bis zu diesem Telefonat für Joy eine vollkommen normale Beziehung. Jetzt erfährt sie, nicht nur, dass Joseph auch noch eine andere hat, sondern dass er sie auch noch schlecht redet. Mit Dingen, die nicht im Ansatz stimmen. Nach diesem Telefonat war guter Rat natürlich teuer. Was macht man jetzt mit so einer Information? Joy entscheidet sich für die Variante hier und sofort. Sie ruft Joseph an und der reagiert sauer. Er ging aber auch gar nicht auf die ganze Thematik ein. Er sagte nur, ja, ich habe dort, wo ich arbeite, noch eine Partnerin. Aber du musst das verstehen. Ich habe auf der Arbeit immer viel zu tun. Ich bin dann oft einsam. Und ja, sie müsste das jetzt einfach akzeptieren. Joy sagt daraufhin, vergiss es. Du erzählst darum, ich wäre faul. Ich würde dein sauber verdientes Geld ausgeben. Mich nicht um die Kinder kümmern. Mal abgesehen davon, dass das alles nicht stimmt. Dann betrügst du mich und ich soll das akzeptieren. Was mich betrifft, ist diese Ehe vorbei. Ja, Joy wollte keine Mitleidsehefrau sein. Absolut verständlich. Wenn diese Ehe für Joseph ein Missverständnis ist, wenn es sie sowieso gar nicht aufrichtig liebt, dann muss man das ja auch nicht weiter fortführen. Er muss Joy auch nicht finanzieren. Sie kommt alleine klar. Sie verkaufen das Haus. Er kann das Geld haben. Sie zieht zu ihren Eltern. Und der Rest wird sich klären. Man braucht im Leben nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Doch Joseph sagt nein. Diese Ehe bleibt weiter bestehen. Er sagt zu Joy, wenn sie geht, nimmt er die Kinder. Klar, Geld macht nicht glücklich, aber in einem Scheidungsverfahren sitzt man damit erst einmal deutlich am längeren Hebel. Er wird dem Gericht erzählen, dass sie faul ist und so weiter. Er kann das Ganze damit ewig in die Länge ziehen. Sie wird irgendwann kein Geld mehr haben, da diese Prozedur viel kosten wird. Und ihre kleine Tochter würde sich irgendwann nicht mehr an sie erinnern, weil sie noch so klein ist. Was hättet ihr an dieser Stelle gemacht? Joy sah in diesem Moment keine Lösung. Darum bleibt sie in der Ehe. Obwohl sie weiß, dass ihr Ehemann zwei Frauen hat. Außer Joys Eltern wusste niemand davon. Sie spielte ab diesem Zeitpunkt die perfekte Ehefrau. Und alle dachten weiterhin, das ist das perfekte Ehepaar. Der ein oder andere wird sich an dieser Stelle fragen, wo ist da die Logik? Also ein Mann trifft auf eine Frau. Sie entscheiden sich, gemeinsam durchs Leben zu gehen, zu heiraten, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Er hat viel mehr Geld als sie, was er mit vollen Händen ausgibt, um ihr alles schön und angenehm zu machen. Dann erfährt die Frau, dass der Ehemann sie gar nicht liebt und dort, wo er arbeitet, acht Stunden entfernt, noch eine andere hat, dass er diese Ehe und dieses Kind nie wollte. Aber auflösen will er die Beziehung auch nicht. Bei Menschen wie Joseph geht es viel um Kontrolle. Menschen, die an mehreren Standorten quasi zwei Leben führen, wollen immer alles im Griff haben. Die Aussage, dass er Joy nicht liebt und so weiter, das war gelogen. Joseph wollte dieser Bekannten, die Joy an jenem Tag anrief, einfach nur irgendwie logisch erklären, warum die Verhältnisse so sind. Der hatte gehofft, diese Frau würde ihn nicht verpfeifen, aber im Gegensatz zu ihm hatte diese Person ein Herz und Verstand und hat Joy alles erzählt, was auch absolut richtig war. Nur Joy selbst half dieses Wissen erst einmal nicht. Sie stand nun da mit einem Ehemann, der auf mehreren Bühnen gleichzeitig tanzte und sie konnte nichts tun. Er liebte sie trotz allem aufrichtig und er sah in diesem Doppelleben kein Problem. Laut seiner Gedankenwelt hatte Joy das einfach zu akzeptieren. Einfach gehen konnte sie nicht. Joseph hatte nicht Unrecht. Macht Joy jetzt etwas Unüberlegtes, kann sie das alles kosten, weil er das Geld hat. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das wollte sie nicht herausfinden. Joy sagt sich dann, okay, es ist, wie es ist. Ich werde ab jetzt die perfekte Ehefrau spielen. Du hast woanders noch eine Beziehung? Alles cool, deine Sache, alles easy. Ich bin dafür finanziell abgesichert. Aber in ihrem Inneren blubberte es. Ab dem Moment, wo er ihr sagte, sie hat dieses Leben zu akzeptieren, da suchte Joy intensiv nach einer Lösung. Sie wusste, der Moment, der ihr signalisiert, was zu tun ist, wird kommen. Joseph war nach dieser Enthüllung, als er sah, okay, Joy bleibt bei mir, sie akzeptiert es, wie es ist. Da war er wieder der liebe und zuvor kommende Ehemann. Er gab Joy nach wie vor monatlich Geld und Joy steckte sich dies ab diesem Zeitpunkt in die eigene Tasche. Sie hat ja gearbeitet, Joseph hat dieses Gehalt dann nur aufgestockt für Haushalt und Kinder und wann immer sie konnte, nahm sie eine kleine Summe weg. So, dass es nicht auffällt. Sie dachte sich, warte nur, der Tag, an dem ich dich verlasse, mit vollem Sorgerecht für die drei Kinder, der kommt und wenn es soweit ist, werde ich auch finanziell gut dastehen. Von einer Ehe zu dritt war nie die Rede. Die Eltern von Joy waren, wie gesagt, in alles eingeweiht und sie konnten nicht wirklich helfen, aber was sie gemacht haben, ist, sie haben sich bei Joseph eingeschleimt. Sie dachten sich, der hat niemanden zum Reden. Es ist besser, wenn sie so tun, als wüssten sie von nichts. Sie haben dann so getan, als wäre er der beste Schwiegersohn der Welt und der ahnungslose Joseph mochte seine Schwiegereltern sehr. Sie sagten sich, man weiß nie, ob man dieses augenscheinlich gute Verhältnis nicht doch nochmal irgendwann gebrauchen kann, auch wenn ihnen das ziemlich gegen den Strich geht, so zu tun, als wüssten sie von gar nichts. Für ihre Tochter taten sie alles. Joy hat das Geld dann bei ihren Eltern versteckt, doch die Gelegenheit, Joseph zu verlassen, die kam einfach nicht. Joy hatte das Ganze unterschätzt. Nach über einem Jahr hatte er die Zügel immer noch komplett in der Hand. Zwei Ehefrauen und Joy konnte nichts tun, außer zu warten. Die Sache mit dem Geld sammeln klappte auch nicht. Die Beträge, die sie da heimlich ansparte, Joseph war nicht dumm und sie rechnet irgendwann mal aus, dass es noch Jahre dauern wird, bis sie finanziell so gut dasteht, dass sie mit Joseph auf einer Ebene konkurrieren kann. Und im Juni 2006 werden die Karten noch einmal ganz neu gemischt. Noch weniger zu Joys Gunsten. Joy erhält eines Morgens einen Anruf von Joseph. Er meinte, seine Business-Partner, Fernand und Suzanne Wagner, sind leblos in ihrem Haus aufgefunden worden. Er weiß noch nichts Genaues, aber anscheinend ist da jemand in der Nacht zuvor ins Haus. Das Ehepaar war bekanntermaßen sehr vermögend. Es kam zu einem Kampf. Sie können aber noch nicht sagen, wer das gemacht hat. Scheint ein Zufall zu sein. Joy war sehr traurig. Sie kannte Fernand und Suzanne zwar kaum, aber sie gehörten dennoch zur Familie. Es war die einzige Familie, die Joseph noch hatte. Sie waren für ihn auch sowas wie Eltern. Nur für Joseph waren diese Nachrichten irgendwie jetzt nicht so traurig. Also Joy dachte sich im ersten Moment, er ruft an, um ihr zu sagen, dass sie dieses Wochenende nicht nach Hause kommt, weil er zum Haus von Fernand und Suzanne fährt, um alles abzuklären. Das Paar hatte keine Kinder oder andere Verwandte. Doch Joseph übermittelte ihr die Nachricht und dann meinte er, pack deine Koffer. Dieses Wochenende gehen wir segeln. Joys Eltern sagten sofort, Joseph hat sicher etwas mit dem zu tun, was da passiert ist. Er hatte die Möglichkeit dazu. Er war in dieser Zeit auch unterwegs. Die zwei waren für ihn wie Eltern. Das Verhältnis war sehr herzlich. Joseph hat dem Paar viel geholfen. Jetzt sind sie nicht mehr da und er plant einen Segelausflug mit seiner zweiten, ersten Familie. Das Einzige, worum Joseph sich aktiv kümmerte, war in Erfahrung zu bringen, wann das Testament der beiden verlesen wird. Das müffelt doch bis zum Himmel. Joy wird später sagen, Joseph kam an diesem Abend ganz normal nach Hause. Er hatte sich etwas zu essen mitgebracht, setzte sich an den Computer, fuhr danach noch ins Fitnessstudio und ging anschließend ins Bett, als sei nichts gewesen. Kein Ton über Fernand und Susanne. Joy war natürlich auch alarmiert wegen der ganzen Sache, aber sie musste nach wie vor die ahnungslose, perfekte Ehefrau spielen. Am nächsten Morgen war sie vor Joseph wach. Sie zieht sich an und bemerkt so beim Vorbeigehen, dass seine Handknöchel rot sind. Als er später aufsteht, fragt sie, hey, ist alles gut? Was ist mit deinen Händen? Und da sah sie dann, dass er das nicht nur an der Hand hatte, eigentlich am ganzen Körper. Joseph meinte dann, ja, er war Inliner fahren und hat scheinbar dafür kein Talent. Außerdem ist er auch noch mit der Hand ganz ungünstig an den Kühlschrank rangekommen. Darum blinkt vor allem seine Hand in allen Farben. Joy ist sofort klar, das ist eine Lüge. Joseph ist für das, was Fernand und Susanne passiert ist, verantwortlich. Darum sieht es so aus. Joy ruft heimlich ihre Eltern an. Diese teilen ihr mit, da es gerade im Fernsehen gesagt wurde, dass die Wagners die Person gekannt haben muss. Derjenige hat einen noch unbekannten spitzen Gegenstand verwendet, aber hauptsächlich die Hände, um das alles anzurichten. Es gibt eine Hotline, bei der man sich melden soll, wenn man etwas weiß. Joy und ihre Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Joy würde am liebsten die Kinder nehmen und weit, weit weg fahren. Aber wohin? Wie reagiert Joseph, wenn er merkt, dass Joy alles weiß? Sie sagt sich wieder, sie will lieber nichts machen, warten, bevor sie einen Schritt zu weit geht. Sie wird auf dieses Segelboot gehen mit ihren drei Kindern und ihre beste Version von der unkomplizierten, braven Ehefrau geben, die sie je geliefert hat. Der Plan sah folgendermaßen aus. Während Joy mit Joseph und den Kindern segeln geht, werden die Eltern alles tun, was nötig ist, dass Joseph, wenn das Boot wieder anlegt, von den Beamten einkassiert wird. Aber der Plan geht nach hinten los. Die Eltern rufen bei dieser im Fernsehen genannten Nummer an, schildern den Sachverhalt und werden abgelehnt. Irgendwie. Ja, die Eltern haben da angerufen. Hey, hier, der Verantwortliche im Fall Wagner sitzt gerade nichtsahnend auf einem Boot mit unseren Enkelkindern und unserer Tochter und los. Doch die Person, die den Anruf entgegennimmt, sieht trotz allem keine Notwendigkeit, sofort zu handeln. Man sagt ihnen nur, dass sie das weiterleiten werden. Sie sollen sich unauffällig verhalten. Ja, wer im Servicebereich gearbeitet hat oder damit zu tun hat oder hatte, der weiß, der Satz, ich leite das weiter, ist der Code für den Anruf, hätte man sich auch sparen können. Das wird nicht weitergeleitet. Also, nicht immer, aber meistens. Joy war jetzt mit ihren Kindern auf einem Boot allein mit dem Wissen, was ihr Ehemann keine 24 Stunden vorher gemacht hat. Sie denkt, jede Sekunde kommen die Behörden, holen sie da ab, nehmen Joseph mit, aber niemand kommt, weil die Person, die den Anruf entgegennimmt, nicht handeln will. Die Eltern konnten ihrer Tochter auch gar nicht Bescheid sagen. Auf dem Meer gibt's keinen Empfang. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Du sitzt da auf einem Boot mit so einem Mann und deinen drei Kindern. Ich würde denken, was, wenn dieser Segelausflug nur ein Vorwand war? Was, wenn er noch weitere Sachen plant? Glücklicherweise merkt Joseph nichts von der Tatsache, dass Joy alles weiß und es war tatsächlich nur ein harmloser Ausflug zum Spaß. Am nächsten Tag bricht Joseph den Segelausflug dann ab. Er müsse an Land einige Dinge erledigen. Joy nimmt, als er wegfährt, sofort die Kinder und geht zu den Behörden. Es reicht keine Sekunde, will sie mit diesem Menschen je wieder in einem Raum sein. Die Beamten vor Ort nehmen Joy zum Glück ernst und danach geht alles ganz schnell. Es stellt sich heraus, Joseph war eigentlich schon lange im Kreis der möglichen Personen im Fall Wagner. Joys Eltern haben das am Telefon eigentlich auch klar und nachvollziehbar geschildert, dass er wirklich ihr Mann ist, aber der Mitarbeiter dieser Hotline hatte in dem Moment einfach den Kopf in den Wolken gehabt. Warum auch immer. Zum Glück ist nichts passiert. Leider würde Joys Aussage alleine nicht reichen. Sie brauchen noch ein paar Beweise. Doch da kamen die Eltern wieder ins Spiel. Erinnern ihr euch noch, als ich sagte, dass Joys Eltern sich bei Joseph eingeschmeichelt haben, als das Ganze mit der zweiten Ehefrau herauskam, weil sie dachten, man weiß nie, ob uns das nicht doch mal weiterhilft, wenn er glaubt, seine Schwiegereltern mögen ihn. Ja, an dem Tag, als das mit den Wagners war, hat Joseph mit seinen Schwiegereltern telefoniert. Das hat er regelmäßig gemacht. Er wollte mit seiner Tochter einen Ausflug machen, hat das dann aber abgesagt, weil wieder Business anscheinend gab es bei der Arbeit ein Problem mit einem Scheck und er muss da jetzt hinfahren. Die Eltern dachten sich noch, hä, wie komisch ist das, Probleme mit Schecks, das regelt die Bank, da muss er doch nichts machen, geschweige denn hinfahren, aber okay, wenn er meint. Diese Aussage reichte den Beamten, um zu beweisen, dass Joseph an jenem Abend in der Nähe der Wagners war. Das in Kombination mit dem, was Joy gesehen hatte, das alles löste den Fall. Joseph war kein Adoptivsohn der Wagners, er war ein Housekeeper, eine Person, die man dafür bezahlt, dass sie einmal in der Woche zu dir kommt und Sachen erledigt, die man selbst nicht mehr machen kann. Er bekam dafür 500 Dollar die Woche, das Ehepaar war aber sehr großzügig und leider auch ein bisschen naiv. Joseph war kein reicher Businessmann, er hat die Wagners systematisch um ihr Geld gebracht, er hatte ja Zugriff auf alle Konten und ja. Das Ehepaar besaß Immobilien, er sammelte diese Mietchecks ein, behielt aber das Geld, wann immer es möglich war. Insgesamt über 200.000 Dollar. Im Juni 2006 haben die Wagners das dann alles herausgefunden und das war ihr Ende. Joseph wird bald darauf via GPS in Südkalifornien einkassiert. Vor Gericht beteuert er seine Unschuld, aber das hätte er sich auch sparen können. Er wird nie wieder frei sein. Dadurch, dass Joseph auch neben den Wagners viele eigene Kreditkarten hatte, Schulden überall, musste Joy alles hergeben, was sie hatte. Sie zog mit den Kindern bei ihren Eltern ein. Sie stand 2009 mit der zweiten Scheidung wieder vor dem absoluten nichts, aber das war okay. Sie war nur froh, dass alles gut ausgegangen ist. Sie wird es auch so schaffen, sich wieder etwas aufzubauen. Das wusste sie genau, nur mit dem Unterschied, dass ihr dieses Mal alles gehören wird. Und sie hat etwas daraus gemacht. Heute arbeitet sie selbstständig als eine Art Life-Coach und Beraterin für Menschen, die Ähnliches durchmachen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, dieses Trennen wollen, aber nicht gehen können, weil der Partner scheinbar die besseren Karten hat. Das ist leider ein sehr weit verbreitetes Problem. Was viele aber nicht wissen, dafür gibt es Lösungen, ungeachtet, wie die Situation ist. Heiraten oder eine Beziehung will Joy nie mehr. Sie braucht keinen Partner. Wichtig ist ihr die Familie. Und wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Trennen. 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 Trennen.